Heute für euch, wie Bellatrix Lestrange einen Liebestrank bei Lord Voldemort benutzte. Das und mehr, jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Lord Voldemort, die treue Todesserin Bellatrix Lestrange und das Kind, das dieses ungleiche Paar zeugte, sprechen. Ich weiß, dass die Emotionen hochkochen, wenn es um das verwunschene Kind geht und dass viele von euch es nicht als kanonisch betrachten. Aber es wurde von J.K. Rowling geschrieben und sie ging sogar so weit, dass sie auf Twitter betonte, dass es als kanonisch betrachtet werden sollte. Das Problem dabei ist, dass es der ursprünglichen Handlung widerspricht und seine Ungereimtheiten haben die Fans dazu gebracht, den Status des Buches als Teil des Harry Potter Kanons abzulehnen. Wie auch immer jedoch deine Perspektive zu dieser Angelegenheit ist, dieses Video wird Aspekte des verwunschenen Kindes diskutieren. Ich selbst bleibe unparteiisch, da wie ich schon sagte, J.K. Rowling die ursprüngliche Autorin festgelegt hat, dass es zum Kanon gehört. Bevor wir mit dem Video starten, abonniert doch bitte den Kanal und schreibt einen Kommentar unter das Video, um den Algorithmus ein wenig zu pushen. Ansonsten legen wir direkt los. In das verwunschene Kind tritt die unwahrscheinliche Tochter von Bellatrix Lestrange und Lord Voldemort auf. Ihr Name lautet Delfini und sie wurde irgendwann Mitte bis Ende der 1990er Jahre heimlich gezeugt, und zwar im Malfoy-Anwesen. Ihre Geburt fiel tatsächlich mit den Ereignissen in den Originalbüchern zusammen. Wir hatten nur nie einen gewissen Hinweis darauf. Delfini, in das verwunschene Kind auch Delphi genannt, wurde die einzige bekannte lebende Erbin von Salazar Slytherin, nachdem Voldemort in der Schlacht von Hogwarts 1998 starb. Ihre Geburt wurde von ihren Eltern geheim gehalten, da sie befürchteten, dass ihr berüchtigter Ruf sie in Gefahr bringen könnte, insbesondere im Falle ihres Todes. Es ist nicht bekannt, wie ihre Beziehung zu ihren Eltern war oder wie diese zu ihr standen, da beide starben, als sie noch ein Baby war. Dennoch erbte sie viele Charaktereigenschaften von beiden. Mit zunehmendem Alter wurde sie immer grausamer, sadistischer, gewalttätiger, rücksichtsloser, obsessiver, manipulativer, gerissener, charismatischer und intelligenter, und diese Liste ließe sich fortsetzen. Ihre berechnende, entschlossene und vor allem rücksichtslose Art und Natur bedeutete schließlich, dass sie Craig Boker Jr. ermorden würde. Die Tat, Craig Boker Jr. zu ermorden, führte dazu, dass Delfini schnell ins Gefängnis von Azkaban gebracht wurde. Sie zeigte Jezorn und verlor leicht die Kontrolle, wenn die Dinge schief liefen, eine weitere Eigenschaft, die sie von ihren Eltern geerbt hatte. Es ist ziemlich interessant zu bemerken, dass sie so viele Merkmale von beiden übernommen hat, obwohl sie nicht von einem der beiden aufgezogen wurde. Ich habe oft über ihr Wesen nachgedacht, um zu entschlüsseln, warum sie sich so entwickelt hat, wie sie es getan hat. Ihre Mutter, Bellatrix Lestrange, war eine der gefürchtetsten Hexen in der Zaubererwelt. Ihr furchteinflößender Name und ihr blutrünstiger Ruf waren wohlverdient. Sie war dafür bekannt, viele Hexen und Zauberer ermordet und auch gefoltert zu haben. Ihre magischen Fähigkeiten waren beeindruckend und sie galt als eine der mächtigsten und gefährlichsten Hexen ihrer Zeit. Bellatrix Lestrange war zweifellos die treuste Anhängerin von Lord Voldemort. Obwohl sie ihm zweifellos diente, glaube ich, dass sie immer mehr von Voldemort wollte. Sie strebte danach, seine Königin zu sein und an seiner Seite über die magische und die Muggelwelt zu herrschen. Aber was, wenn es nicht so gewesen wäre? Nun, genau für solche Fragen gibt es unsere neue Patreon-Community, auf der du diesen Kanal sowohl unterstützen, aber auch wöchentliche Fanfiction exklusiv erhältst. Außerdem haben wir einen exklusiven Community-Discord-Server, wo wir uns zu der Zaubererwelt austauschen und uns allgemein unserer Harry-Potter-Fans näher kennenlernen können. Schau also jetzt über den Link in der Videobeschreibung vorbei und lies dir die neue Fanfiction zum Raum des Wissens in Hogwarts durch. Ich bin ziemlich gespannt auf dein Feedback. Weiter geht's mit dem Video. Im Gegensatz dazu hegte Voldemort keine Begeisterung für zwischenmenschliche Beziehungen. Das resultierte aus seiner angeborenen Unfähigkeit, Liebe zu empfinden. Voldemort gilt vielleicht als der gefürchtetste dunkle Zauberer aller Zeiten. So sehr, dass die meisten Zauberer sich scheuten, seinen Namen überhaupt auszusprechen. Er erlangte eine Macht, von der andere nur träumen konnten und zeigte sich als intelligenter, gerissener und manipulativer Mann, der auf dem Höhepunkt seiner Macht die gesamte Zaubererwelt beherrschen wollte. Obwohl er den Anschein erweckte, sich um seine Anhänger zu kümmern, war dies nicht der Fall. Voldemort hegte tatsächlich keine wahren Gefühle für jemanden. Empathie war ihm fremd und er instrumentalisierte die Menschen in seiner Umgebung lediglich, um sein Ziel, die Macht, schneller zu erreichen. Wenn du mit deinen Problemen zu Voldemort gegangen wärst, hätte er kein Interesse daran gehabt, dir zu helfen, es sei denn, es würde seine eigenen Ziele vorantreiben. Seine Selbstbesessenheit und sein unbeirrter Wille, unsterblich und mächtig zu werden, standen im Mittelpunkt seiner Persönlichkeit. Nach all dem, was bisher besprochen wurde, könnte die Frage aufkommen, wie um alles in der Welt es dazu kam, dass er ein Kind hatte. Wie kann jemand, der sich um niemanden kümmert und scheinbar asexuell ist, Interesse daran haben, mit jemandem ein Kind zu bekommen? Warum sollte er das überhaupt tun? Eine Theorie, die ich dazu entdeckt habe, besagt, dass Voldemort möglicherweise aus Sicherheitsgründen eine Tochter oder einen Sohn wollte. Er war sich bewusst, dass er ein Nachkomme seines Vorfahren Salazar Slytherin war, einem der vier Gründer von Hogwarts und einer der mächtigsten Zauberer aller Zeiten. Für Voldemort spielte der Blutstatus eine entscheidende Rolle, was ironisch ist, wenn man bedenkt, dass er selbst ein Halbblut ist. Dennoch könnte man argumentieren, dass Voldemort möglicherweise ein Kind zeugen wollte, um die Blutlinie seines Vorfahren Salazar Slytherin vorzuführen. Hätte er dies unterlassen, wäre die Fortsetzung dieser Blutlinie möglicherweise gefährdet gewesen. Die Fortpflanzung wäre die einzige Möglichkeit gewesen und Voldemort hätte es als notwendig erachtet, um sein Erbe fortzusetzen. Eine andere Theorie besagt, dass Voldemort überhaupt kein Interesse daran hatte, ein Kind zu haben. Vielmehr könnte es so gewesen sein, dass Bellatrix, die extrem geistesgestört und von Voldemort besessen war, ihm einen Liebestrank verabreichte. Ihr erinnert euch vielleicht an eine andere Situation, in der ein Liebestrank verwendet wurde. Ich meine natürlich Voldemorts eigene Eltern. Mero P. Gaunt, Voldemorts Mutter, setzte einen Liebestrank bei seinem Muggelvater ein und das Resultat war die Zeugung eines Kindes. Da ihre Beziehung künstlich war, wurde Voldemort mit der Unfähigkeit geboren, Liebe oder Gefühle zu empfinden. Voldemorts größte Schwäche, die letztendlich zu seinem Untergang führte, war seine Unfähigkeit, Liebe zu empfinden und zu erkennen. Und genau das trieb ihn schon in jungen Jahren auf den Pfad der Schurkerei. Einer der Gründe, warum ich glaube, dass Voldemort möglicherweise unter dem Einfluss eines Liebestrankes gestanden haben könnte, ist die Art und Weise, wie sich Delfini entwickelt hat. Von klein auf zeigte Delfini Eigenschaften, die ihrem Vater sehr ähnlich waren. Intelligent, berechnend, manipulativ und vor allem ziemlich gefühllos und empathielos. Fans haben sich oft gefragt, wie jemand wie Voldemort ein Kind haben konnte und ich denke, dass das Argument mit dem Liebestrank angesichts der Entwicklung von Delfini nicht ganz unbegründet ist. Der einzige Unterschied zwischen Delfini und ihrem Vater ist, dass sie eine hingebungsvolle Besessenheit für ihn hegte. Ihr ganzes Leben lang sehnte sie sich danach, bei ihm zu sein und einen Vater zu haben und es ging ihr weniger um Weltherrschaft oder Eroberung. Und jetzt mal ehrlich, Bellatrix ist schon verrückt genug, um zu versuchen, einen Liebestrank bei jemandem wie Voldemort zu verwenden. Eine Sache, die in den Filmen massiv heruntergespielt wurde, war, wie sehr sie sich wirklich und wahnsinnig zu Voldemort hingezogen fühlte. J.K. Rowling hat dies in einem Interview erläutert. Und Bellatrix war, ich bezweifle, dass die Leute besonders schockiert sein werden, wenn sie das hören, denn ich bin mir sicher, dass sie daraus schließen werden, dass Bellatrix wahnsinnig romantisch in Voldemort verliebt ist. Das ist, wie ihr schon wisst, das ist die Besessenheit ihres Lebens. Auch in den Büchern gibt es Passagen, die auf ihre Besessenheit vom dunklen Lord anspielen. Mein Herr, mein Herr! Es war Bellatrix Stimme und sie sprach wie zu einem Liebhaber. Es gibt auch eine ziemlich unangenehme Stelle aus dem Orden des Phönix, die a. erschauern lässt und b. möglicherweise auf die Empfängnis von Delphini anspielt. Ein wahnsinniges Lachen heilte in seinen Ohren. Voldemort war so glücklich, wie schon lange nicht mehr gewesen. Jubelnd, ekstatisch, triumphierend. Eine wunderbare, wunderbare Sache war geschehen. Harry konnte nicht ignorieren, dass sein erster Ausflug in die Oklomentik eher dazu neigte, die Widerstandsfähigkeit seines Geistes zu schwächen als zu stärken. Mit einem beunruhigenden Gefühl fragte er sich, was passiert war, um Lord Voldemort so glücklich zu machen, wie er es seit 14 Jahren nicht mehr erlebt hatte. Angesichts von Voldemorts Unfähigkeit, Gefühle zu empfinden, scheint die Verwendung eines Liebestranks durchaus passend. Die Fragen lauten nun, wie lange wirkte er, wie stark war seine Wirkung und wurde Voldemort vor seinem Tod von diesem Einfluss befreit? Meiner Meinung nach stand Lord Voldemort höchstwahrscheinlich vor der Empfängnis Delphinis bis zu seiner Niederlage unter dem Zaubertrank. Wenn Voldemort wusste, dass Bellatrix ihm etwas verabreicht hatte, hätte sie sicherlich für ihre Taten bezahlen müssen. Voldemort ist nicht der Typ Mann, der Dinge auf die leichte Schulter nimmt und es ist anzunehmen, dass er Bellatrix getötet oder Schlimmeres getan hätte, wenn er davon erfahren hätte. Ich bezweifle, dass er besonders nachsichtig gewesen wäre. Doch Bellatrix, die von ihm wahnsinnig besessen war, war bereit, das Risiko einzugehen. Da sie eine mächtige Hexe ist, hat sie wahrscheinlich einen Trank gebraut, der stark genug war, um eine beträchtliche Zeit lang zu wirken. Im Fall von Voldemorts Eltern verabreichte Marrow P. Riddle den Liebestrank in einem Getränk. Kurz nachdem er das Getränk zu sich genommen hatte, verliebte er sich sofort in Marrow P. Innerhalb weniger Monate waren die beiden verheiratet und Marrow P. war schwanger. Doch nicht lange nach der Hochzeit ließ die Wirkung des Liebestrankes nach. Dies könnte auf zwei Arten geschehen sein. 1. Marrow P. konnte nicht länger in einer Lüge leben und gab Riddle den Liebestrank nicht mehr. Oder die Wirkung des Liebestrankes ließ ahnungslos nach und Marrow P. wurde überrumpelt. Wie dem auch sei, als die Wirkung des Zaubertranks nachließ und Tom nicht mehr verzaubert war, war er entsetzt über das Geschehene. Plötzlich war er verheiratet und hatte ein Kind mit einer Frau, zu der er sich nicht mal hingezogen fühlte. Dumbledore selbst hat spekuliert, dass Marrow P. den Fluch fallen ließ, in der Hoffnung, dass sich Tom wirklich in sie verliebt hatte. Aber in Wirklichkeit, sobald Riddle aus der Trance erwacht war, kehrte er nach Little Hengleton zurück und fluch vor Marrow P. und ihrem Sohn, angewidert von dem, was mit ihm geschehen war. Ich denke, man kann sagen, dass Voldemort etwas mehr als nur angewidert gewesen wäre und wahrscheinlich irgendwelche Maßnahmen ergriffen hätte. Aber was meint ihr dazu? Wie wurde Delfini gezeugt? Hat Bellatrix einen Liebestrank gegen Voldemort verwendet? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das war es auch schon mit diesem Video. Wenn ich etwas vergessen haben sollte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vergesst nicht, bei meinem Patreon vorbeizuschauen. Dazu findet ihr den ersten Link in der Videobeschreibung. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.